Vielen Dank für das kräftige Handgeklapper. Du bist aber lauter! Ich bin durch magische Art und Weise verstärkt. Ich hätte einen Krebs im Gesicht, eine Krabbe, die mich kneift, vor allem im Nacken. Du bist krank! Nein, es hat dies den Sinn, dass man quasi durch magische Kraft verstärkt meine Stimme hört. Ah! Das ist zeitgenössische Alchemie. Hexerei! Nein, keine Hexerei, zeitgenössische Alchemie. Je nun, ich bräuchte mich nicht so anzustrengen. Ihr hört mich ja alle, gell? Ja, ja, ja. Weil normalerweise bin ich so laut! Ja, also es wäre wohl an der Zeit, euch zu sagen, dass uns Kunde kamen auf die einzig rechte aller Reihenseiten. Ja, 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 ja! Von eurem edlen Ansinnen hier auf der einzig linken aller Reihenseiten ein erneutes Spektakelum zu feiern. Und da uns das immer besonders Spaß macht, hätten wir uns hier über eure Einladung gefreut. Habt dafür vielen Dank. Wir wären hier rüber geschwommen, allerdings gestern Abend schon. Wir wären wohl vorne in Kauf, wären wir in den Rhein gesprungen und genau richtig hier dann rausgekommen. Und das erste Liedlein, das ihr soeben hörtet, war wohl ein Aufzug der Spielleute, gefolgt von einem Feentanz. Und das nächste wird sein, ein Beurich-Tänzlein, wie es wohl getanzt ward, einmal im Jahr, wenn die Tenne neu gestampft wird. Die Gabotten!